Ich glaube, das ist der größte Weihnachtsbaum, den wir jemals hatten. Nein, 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 nein. Wie wär's denn mit denen hier? Ich brauch zwölf. Zwölf? Ja, da könnte ich Ihnen aushelfen. Frohe Weihnachten. Was in aller Welt hat er denn damit nur gemeint? Ein ganzes Dorf, das Weihnachten vergessen hat. Wissen Sie, was das hier ist? Das ist ein Vogelhaus. Weihnachten! Genau das hat der Mann im Laden auch gesagt. Ich glaube, der 24. ist ein ganz besonderer Tag. Doch Elise macht sich auf die Suche. Ich will herauskriegen, was Weihnachten ist. Wie? Du weißt nicht, was Weihnachten ist? Meine Güte. Der sieht genauso aus wie der Baum in dem Kalender. Darum geht's an Weihnachten. Ich glaub, ich mag Weihnachten. Ich wohn hier. Ich wohn hier. Elise kommt aus einem Dorf, in dem sie nicht Weihnachten feiern. Es sieht wohl so aus, als hätten wir bei uns alles vergessen. Ach, je. Das ist wirklich traurig. Das größte Weihnachtsabenteuer des Jahres. Du alter Raser. Papa? Ich hab den Weihnachtsmann gesehen. Weihnachtsmann? Was soll das sein? Ihr werdet in diesem Dorf Weihnachten feiern, auch wenn es das Letzte ist, was ich tue. Dafür werd ich sorgen. Wow. Elise und das vergessene Weihnachtsfest. Nur im Kino. Und noch mehr. Und noch mehr. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020